Hallöchen! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben eine Quest bei Rui Kessler, das ist sie. Zuerst möchte ich euch etwas zeigen. Letzte Folge haben wir ja das Springen gelernt. So cool wenn man springt. Ich sage es falsch cool. Also immer wenn man schneller angibt, dann springt man auch höher. Okay aber jetzt hören wir auf und machen nun weiter mit der Quest. Wenn du mir zeigst wie du reitest, kann ich dir vielleicht ein paar Tipps geben. Willst du? Okay, stell dich an den Start und gib alles. Viel Glück! Cool! Ah Reed Kesslers Jacke. Cool, wir bekommen deine Jacke. Ah, tut mir leid, das ist so vicious. Okay, ich habe zuerst einmal gefehlt. Okay, ist ja egal. Okay, ich habe zuerst einmal gefehlt. Okay, ist ja egal. Ich springe ja zum ersten Mal. Nicht tausend Millionen Mal. Ich glaube, wir fangen von vorne. Ne, wir müssen nicht von vorne anfangen. Sehr, sehr scharfe Kurve. Ach so, sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Hilfe, Hilfe. Meine Güte, was für eine Strecke. Ups. Hopp. Das ist voll schwer. Aber okay, wir sind ja das erste Mal da. Hopp. Hopp. Darum brauchen wir jetzt auch so lange. Wir haben jetzt nicht die beste Ausrüstung, aber okay. Ja, okay, wir sind mindestens besser als Isabella Coldmer. Ist egal. Und wie haben wir uns geschlagen? Und wie haben wir uns geschlagen? Maus, 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 Maus. Also, wir sind ja stehen geblieben. Ich fange nochmal von vorne an. Gut geredet, du hast die Hindernisse toll gemeistert. Nur eine Kleinigkeit. Wenn du zum Hindernisse kommst und du so machst, anstatt so, dann ist dein Pferd besser für den Sprung positionierbar. Ach, nee. Du, ach, jetzt hab ich's übersprungen. Ist egal. Du, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Jetzt muss ich allerdings trainieren. Ach so, ein Beschiss. Oh, das ist die Wur, die ist schön. Die ist aber schick. Ne, was meint ihr? Hier. Siri, nehme auf. Keine Zeit. Brauche Öl. Hilfe. Zeit. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Jedenfalls Fisch-Applees-Party. Fleisch-Applees-Party. Nein, ich suche bis jetzt kein Club. Aber, ja. Die Maus, die Maus hat Störungen. Wir haben eine Reed-Kessler-Jacke. Yeah. Cool. Die Quest gefällt mir. Was haben wir denn sonst? Äh. Äh. Mä. 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 Hopp. 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 Ja. Ich hab noch ne Frage. Wie kann man denn sonst springen? Hat gestanden mit Null oder so etwas. Das mag ich nicht. Hopp. Hopp. Ah. Feine. Machen wir nochmal. Spring. Äh. Brrrr. Tut mir leid. Ich muss dann kurz sinken. Patentchen. Hi. Ich hab Springe bis dahin. Das war's. Es ist relativ nett. Eine kurze Folge. Aber meine Kollegen sind nicht gekommen. Bis zum nächsten Mal.